Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Fashion Haul, denn ich war shoppen bei C&A und ich habe ein bisschen was von G.K.L. zugeschickt bekommen. Außerdem habe ich noch ein paar Schuhe bestellt aus verschiedenen Shops und wenn du Bock drauf hast, zu wissen, was ich so geschoppt habe, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, genau. Ich habe die ganzen Produkte auch angezogen und werde euch dann gleich hier auch die ganzen Tragebilder einblenden. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Shoppen bei C&A. Als erstes habe ich mir eine neue Capri-Hose bestellt. Die ist jetzt aber in so einem mega geilen Ton. Also diese Farbe ist echt der Hammer. Ich mag die Qualität, die ist ein ganz kleines bisschen durchsichtig. Da muss ich ein bisschen mit aufpassen. Das heißt, wenn ich da eine schwarze Unterbüchse drunter ziehe, wird das nicht so gut aussehen. Aber sie sitzt klasse. Die ist super hochwertig und mir gestehen, mir gestehen, mir stehen einfach auch diese Hosen von C&A, weil die einfach einen angenehmen Schnitt für mich haben. Diesen wunderschönen weißen BH habe ich mir auch bei C&A bestellt. Den werdet ihr jetzt natürlich nicht blanko getragen sehen, aber ich trage ihn gleich drunter. Das ist quasi ein Push-Up, ja. Also der hat hier schon eine ordentliche Polsterung drin und der ist halt weiß und er passt echt gut. Und ja, ich finde den einfach schön von seinen Details her. Das ist schlicht, aber nicht zu schlicht. Ein bisschen verspielt. Und er sitzt gut. Das ist auch einer mit Bügeln. Gleich habe ich auch welche ohne Bügel. Der hat hier an der Seite so einen Messstoff. Also das macht das Ganze noch ein bisschen atmungsaktiver. Und die Seiten hier sind auch wirklich dehnbar. Das ist sehr, sehr angenehm, den zu tragen. Diese drei Tops, das sind einfach so ganz klassische Tops, gab es im Dreierpack. Und deswegen habe ich mir die auch in drei Farben dann entsprechend bestellt, weil das war halt ein Dreierpack. Ich habe euch auch zwei verschiedene Farben angezogen gezeigt. Das ist halt wirklich ein ganz klassisches Top. Da ist nichts Wildes dran. Und ja, das ist halt einmal hier in grün, in weiß und in so einem etwas verwaschenen, mit grün würde ich den Ton einfach mal nennen. Ja, das sind halt einfach so Saisonteile mehr oder weniger. Bei mir halten die so ein, zwei Jahre und dann sind sie halt meistens auf, sind verwaschen oder haben Löcher drin oder sowas. Ich finde es bei denen übrigens auch sehr, sehr cool, dass die ausreichend lang sind. Also wir haben in letzter Zeit öfters mal bei Tops die Mode gehabt, dass das Ganze recht kurz ist. Und gerade bei so Unterziehtops oder halt generell Basic Tops mag ich das lieber, wenn die einfach so ein bisschen länger sind und bis zum Po gehen. Dieser BH ist ein Knüller, das sage ich euch. Da bin ich ein bisschen geinfluenced worden, denn ich habe das bei der einen oder anderen so durchscheinen sehen. Oder wenn man halt so recht tiefe Ausschnitte anhatte, dass man dann so ein bisschen diesen Stoff sehen konnte. Nicht exakt diesen BH, aber so ähnlich. Ich habe mir den jetzt in so einem, ja, beige Ton geholt, dass man ihn halt quasi nicht unter meiner Kleidung sieht. Ja, und der hat halt hier so relativ tief ausgeschnittene Cups und dann hier diesen Spitzenstoff. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man das sieht. Ich habe ihn jetzt als T-Shirt BH getragen und was dieser BH auch so ein Stück weit verhindert ist, das habe ich öfters mal bei BHs, dass dieses Cup-Gedönsen so nach vorne oder nach hinten klappt und das so komisch aussieht. Dadurch, dass man halt diesen Stoff hat, der sich dann natürlich beim Anziehen auch spannt, hat man das Ganze echt schön. Also für mich der perfekte T-Shirt BH. Das Einzige, was ich hier so ein bisschen monieren muss, ist hinten bei diesen Seitenviechern oder Rückenviecher, wie auch immer man das nennen mag. Das ist nicht wirklich flexibel. Und ja, also das hat halt keine großen Nähte, also nur so ein ganz kleines bisschen, sodass es halt nicht wirklich einschneiden wird. Aber ja, es ist halt nicht wirklich dehnbar. Also wenn ich das nehme und versuche zu ziehen, das ist nur so schwer möglich und ein ganz kleines bisschen. Vielleicht wird das flexibler, wenn ich den ein paar Mal öfter trage, aber so ist es noch relativ starr. Und naja, da muss man halt hinten einfach ein bisschen weiterstellen, damit es bequem sitzt. Aber er passt sehr, sehr gut. Auch dieser BH hat Bügel und keine wirkliche Polsterung. Also nur so Anti-Nüppelfilter, würde ich es einfach mal nennen. Über diesen BH drüber habe ich mir dieses T-Shirt gezogen. Das ist auch von C&A und aus dem Zweier-Set. Das haben wir einmal in einem ganz, ja, langweiligen Mint-Grün-Ton und einmal, Mensch, mit so einem, ja, Muster mit Blumies, würde ich mal so sagen. Ist von der C&A Basic-Reihe. Mir gefällt dieser Rundhals-Ausschnitt, das finde ich sehr hübsch. Mir gefällt einfach die Länge auch von dem Produkt. Also, ne, das Produkt an sich gefällt mir halt auch einfach. Die Farbe gefällt mir. Da war ich sehr, sehr froh, dass ich das ergattern konnte im Sale. Und, ja, genau, vor allem im Doppelpack. Nö. Dieser BH ist wirklich schön, aber auch ein bisschen schwierig. Denn, ähm, man sieht ihn gegebenenfalls unter dem einen oder anderen Topf, was ein bisschen rundhalsiger ausgeschnitten ist. Das werden wir gleich auch sehen. Der hat aber mega geile Träger. Also, das mag ich so gerne. Das ist kein BH, der halt quasi hier einschneiden wird, ne. Das habe ich öfters mal bei BHs. Das tut der gar nicht. Ähm, weil das halt, ich weiß nicht, das fühlt sich fast schon an, als wäre das so eine Art Niopren. Aber ist es natürlich nicht. Ist einfach ein bisschen dickerer Stoff. Ist jetzt auch nicht die heißeste Farbe des Planeten. Aber auch das ist für mich eher ein drunter C-BH. Wobei er dafür mühe zu dunkel für mich persönlich ist, ne. Das heißt, ein bisschen sieht man den auch unter einem weißen Top drunter. Ähm, der hat keine Bügel. Und, ja, nur hier an der Seite. Da hat er quasi nochmal so eine Art Bügelverstärkung drin. Was ich aber auch nicht schlimm finde. Ähm, ja, ne. Wäre das jetzt in einer anderen Farbe, wäre das ein heißes Teil. Hier hast du nämlich ein bisschen Spitze mit dabei. Die jetzt so natürlich, äh, nicht unbedingt super sexy aussieht. Aber es ist ein bequemer BH. Auch, dass wir das hier so in der Mitte haben. Macht so einen ganz leichten Push-Up-Effekt. Weil Push-Up hast du hier nicht wirklich dran. Auch hier hast du so eine Anti-Nippel-Barriere. Und er sitzt einfach total angenehm. Dieses Top habe ich da drüber angezogen. Und man wird es auch gleich sehen. Weil dieses Top halt sehr rundhalsig ausgeschnitten ist. Sieht man gleich auch so ein bisschen den BH-Durchschein. Aber das ist auch ein ganz schönes, basic, tolles Top. Ich mag die einfach. Ähm, ja, hat hier so Muschelmuster drauf, ne. Das finde ich ganz niedlich. Und es ist schön lang. Es sitzt angenehm. Es ist ein schöner Stoff. Trägt sich toll. Mag ich gerne leiden. Soviel zu C und A. Jetzt kommen wir zu den heißen Teilen, die ich mir bei Chiquelle aussuchen durfte. Und Chiquelle ist ein schwedischer Online-Shop, der mit mir zusammen kooperiert. Da kann ich mir immer mal wieder Produkte aussuchen. Ich habe die Lieferfrequenz etwas reduziert, weil es doch etwas viel wurde. Ähm, das heißt, dass ich dann nicht jeden Monat mir irgendwie was zuschicken lasse, sondern dann halt sage, komm, ne, wir warten jetzt irgendwie mal zwei, drei Monate. Ähm, vier Teile werden mir dann immer aus meiner Auswahl zugeschickt. Und ich bekomme auch einen Code. Und zwar ist das ein 20% Rabattcode, der ab heute entweder fünf oder sieben Tage gültig ist. Blende ich euch mal ein. Und damit bekommt ihr ab heute 20% in dem Online-Shop von Chiquelle. Die Produkte haben eine gute Qualität, die ich echt schätze. Ähm, ansonsten, ne, hm, will ich das nicht so lange schon machen. Ich mache das schon über, weiß ich nicht, anderthalb Jahre oder so, dass ich mit der Firma zusammenarbeite. Hier habe ich ein, äh, mega cooles quasi Wickel-T-Shirt, ne, das so ein bisschen cropped geschnitten ist. Hat so ein, ähm, wie ist das hier, geriffeltes, so eine Ripped-Optik, so nennt sich das, ne. Und wir haben hier sehr, sehr lange Wickelteile. Und ihr habt sie auch eben eingeblendet gesehen. Das sitzt schön. Ich mag das echt gerne an mir. Da ist ein Haar noch dran von mir. Und, ähm, ja, ne, das kann man entweder solo tragen, also dass man es wirklich bauchfrei trägt, wenn man fancy drauf ist. Oder man sagt, nee, komm, ich habe eher Bock da irgendwie ein Kleid drunter anzuziehen. Auch das kann man machen, wenn es zum Beispiel jetzt ein bisschen frischer wird, dann kann man noch seine, äh, Spaghetti-Träger-Sommerkleidchen drunter tragen. Und dann einfach dieses Cropped-Wickel-T-Shirt drüber. Denn es sieht durchaus schöner aus und eleganter, wenn du so ein Cropped-Ding da drüber ziehst, als dass du dir ein, äh, popolanges oder noch längeres Oberteil drüber ziehst, ne. Dann sieht das Ganze noch eleganter aus. Dieses Topf finde ich so schön. Und das ist so ein richtiger Pink-Ton. Ja gut, jetzt in Kombi mit dieser laxfarbenen, aprikofarbenen Hose war das ein bisschen fancy. Ja, ich verstecke mich gerade hinter dem Topf. Ich finde das total toll. Das hat diese, ähm, ja, äh, geriffelte Geschichte auch wieder drin. Und das betont so ein bisschen die Hoopies, muss ich gestehen. Und das mag ich sehr gerne leiden. Ähm, hat recht breite Träger, wo man aber auch wieder aufpassen muss, dass man, äh, den passenden BH dazu anzieht, damit er nicht durchblitzt. Oder wenn man Bock drauf hat, dass der BH wirklich durchblitzt, dann hau raus, Krogette. Ähm, auch das ist ein bisschen kürzer geschnitten. Aber, äh, ja, da ist so wenig baufrei unterwegs, ne. Sodass ich das dann auch wirklich so ein bisschen leicht baufrei tragen würde. Und ich mag es sehr gerne. Ich finde das vom Stoff ganz toll. Das ist ein bisschen dicker. Das ist halt nicht so richtig klassisch Hochsommer, sondern geht schon Richtung, äh, Frühherbst, Spätsommer. Also genau passend jetzt in dieser Zeit. Und ich mag es sehr, sehr gerne leiden. Das ist mal ein ganz anderer Schnitt. Von den vier Teilen, die ich mir aussuchen durfte, ist dieses hier leider das Teil, was ich am wenigsten schön finde. Ähm, ich hab das auch als Kleid, aber in schwarz. Und das hier ist mir tatsächlich ein Hauch zu durchsichtig. Ich muss da auch einen sehr speziellen BH da drunter tragen, damit man ihn nicht sieht, weil der Ausschnitt schon sehr exzessiv ist. Ich verlinke euch auch mal den BH, den ich da drunter trage. Das ist so ein, äh, trägerloses Vieh. Und da kannst du halt kein BH drunter anziehen, ne. Weil auch wenn du dir die BH-Träger hier reinschiebst oder so, hier ist es einfach noch so tief ausgeschnitten, dass er durchblitzen würde. Der Ausschnitt an sich ist so herzförmig, aber auch wieder sehr, sehr tief. Es ist cropped geschnitten. Und das ist definitiv ein Top oder ein Oberteil, was ich über so ein Sommerkleid tragen würde. Das würde ich eher weniger Solo tragen. Würde ich mich zu aufreizend angezogen fühlen, muss ich gestehen. Weil ich, ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht, das ist mir alles zu viel hier, äh, hier oben dann. Dann habe ich nämlich hier so viel Ausschnitt, dann den, äh, unten auch noch so offen. Ne, ne, das mag ich dann nicht so gerne. Aber das über ein Kleid gezogen, habe ich jetzt im Video an den Spieler leider nicht gemacht. Finde ich wunderschön. Genau, also die Qualität ist hier so, la la, die ist nicht so gut wie von dem, ähm, anderen weißen, äh, Wickelteil, was ich euch gezeigt habe, ne. Weil es halt relativ durchsichtig ist. Und hier auch ein paar Fäden minimal lose sind. Also es geht tatsächlich noch. Aber, wie gesagt, das würde ich tatsächlich als drüberzieh-Shirt sehen und verwenden. Kommen wir zu dem kuscheligsten Part aus meinem Schikel-Haul. Und zwar ist das dieser mega geile Pullover. Schau, ich bin da mal weg. Also der ist super weich und angenehm von innen. Weil der hat halt, das macht Schikel halt einfach klasse, ähm, dieses, oh, Flauschi von innen. Das muss noch ein bisschen in der Wäsche, ne, und sich abflauschen. Weil das schwarze Topf, was ich unter diesem Pulli drunter hatte, hat auch sehr viel Flusen abbekommen. Ähm, ich finde den Ausschnitt auch ein bisschen zu hoch, tatsächlich. Also er könnte für meinen Wunsch etwas tiefer sein, äh, weil meine Rübe einfach so riesig ist, ne. Aber an und für sich mag ich den sehr gerne. Ich mag es, dass die Arme auch so schön lang sind, weil die passen bei mir perfekt. Ich mag es, ähm, dass der Pulli an sich auch relativ lang ist. Und ja, das wird mein Chill-Pulli für den Spätsommer werden. Diese vier Teile und noch viel, viel mehr gibt es bei Schikel. Schaut auf jeden Fall dort mal vorbei. Ich habe euch die Teile und auch alles andere dazu unten in der Infobox verlinkt. Jetzt kommen wir zu den Schuhen. Auch die habe ich euch mal im Try-On gezeigt. Ich habe mir extra eben noch den Fingel, äh, Fußnägel dafür lackieren dürfen. Denn die waren eine ganze Zeit lang ohne Nagellack unterwegs. Ähm, jo. So, ich fange einfach mal an mit diesen Birkenstock-Dingern. Ich wurde angefixt von Miss Curly Jen. Die hat nämlich ein Birkenstock-Hall hochgeladen. Und da muss ich, äh, nachshoppen, ne. Also das sind diese Teile. Die habe ich von Amazon tatsächlich bestellt. Die sind mit so Rose Gold hier drauf. Finde ich ultra schön. Mag ich richtig, richtig gerne leiden. Das sind tolle Sommertreter. Oder jetzt halt auch für den Spätsommer, wenn ich zu Hause bin, finde ich die klasse. Als nächstes habe ich etwas geschlossenere Schuhe. Und zwar sind das welche von Mustang. Die habe ich jetzt aber auch schon echt häufig getragen. Die ziehe ich zum Rock an. Die ziehe ich zu, äh, zu einer Hose an. Zu allem Möglichen. Aber nicht zum Spazierengehen mit Sammy, weil dafür sind sie mir einfach zu schade. Ich finde die total schick. Das ist ein toller Stoff. Das ist, weiß ich nicht, nicht Jeans, aber irgendwie doch Jeans. Und irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde die total cool. Und, ähm, die sind halt nicht so, ich habe immer das Problem bei solchen Schuhen, dass meine Füße dadurch, weil sie Größe 41 sind, zu Clowns-Füße mäßig aussehen. Das tun sie hiermit Gott sei Dank nicht. Und, ähm, ich mag die einfach gerne. Wahrscheinlich, ja, weil die halt so noch ein bisschen verspielter sind. Ich habe da, äh, innen drin immer so eine Sohle, dass ich da halt auch theoretisch barfuß drin laufen könnte. Oder halt nur mit so Söckchen oder so, ne. Die sind von innen kariert, was ich total witzig finde. Sieht natürlich kein Mensch, aber sie sind von innen kariert. Herzlichen Glückwunsch. Dann habe ich mir etwas schickere Schuhe bestellt. Und, ähm, ja, da habe ich super viele Rezensionen mit durchgelesen, weil ich bin auf der Suche gewesen nach bequemen Sandalen mit Absatz. Gar nicht so leicht. Ich, mein Freund mag sie jetzt nicht so gerne vom Design her. Er sagt halt, naja, es sind halt eher so Oma-Träter. Die sind von Gabor, ne. Das sind halt wirklich, ja, eher welche, die so in den Bereich Gesundheit reinfallen, um das mal so zu sagen. Aber die sind auch scheiße bequem, ey. Ich habe die noch nicht draußen getragen, bislang nur im Haus. Und, äh, boah, du gehst wie auf Wolken mit diesem Schuh. Weil, also, ich weiß nicht, sieht man das, wenn ich da so reindrücke? Das ist so weich und angenehm. Ich merke einfach richtig schön, wie man da ein Fußbett drin hat. Hat natürlich, ja, wir haben hier ein bisschen Silber mit dabei und so. Aber das fand ich halt auch irgendwie schön, weil ich oft Silberschmuck trage. Dass es halt zum Schmuck halt auch irgendwo passt, ne. Ja, dann finde ich auch dieses Bastenmuster ganz cool, was sich einfach hier in der Sohle so fortführt. Und ja, die sind geil. Da habe ich, also, mich mega drüber gefreut, als die hier angekaufen sind, ich die angezogen habe. Und ich die ersten Schritte damit gelaufen bin. Ich habe echt gesagt, boah, geil, geil. Damit kann ich auch safe, wenn ich mal irgendwo eingeladen bin auf eine Hochzeit oder so, da kann ich auch einen ganzen Abend mit durchtanzen, weil die so bequem sind. Dann habe ich mir noch ein weiteres Paar Birkenstocks bestellt. Und das sind diese hier. Ich glaube, das sind relativ klassische, ne. Das sind halt welche, die du einfach so, ja, ich weiß nicht, sind das Nude-Birkenstocks? Ich weiß es nicht. Das sind halt keine glänzenden. Das sind einfach bräunliche. Das sind halt auch diese Zehentrenner. Und die finde ich ehrlich gesagt bequem. Also ich habe bei den anderen Zehentrennern genau das gleiche Ding, ne. Mir auch viele Rezensionen dazu durchgelesen. Das sind keine Zehentrenner, die piekst sich zwischen dem Daumenzieh und dem Zeigezeh werden. Also das ist echt geil. Finde ich total klasse. Und ja, ne, auch wieder super bequem, super Fußbett, läuft. Und als letztes Produkt, was ich euch heute zeige und das letzte Paar Schuhe, was ich mir bestellt habe, habe ich hier einmal diese wunderschönen Ballerina-Schuhchen. Denn ich wollte mir auch mal wieder Ballerinas holen. Die sind von der Marke M-Podium. Sagt mir so nichts. Die Rezensionen dazu waren halt sehr positiv. Und ich wollte halt Ballerinas haben, weil ich natürlich auch mal ab und zu flache Schuhe haben möchte. Oder wenn man mal irgendwo auf einer Feier ist, dass man die halt erst anhat. Und wenn man wirklich nicht mehr drauf laufen kann, was ich nicht glaube, weil die so bequem sind, sich dann Ballerinas einfach anzieht. Auch die sind silber, ne, die glänzen, die sehen halt einfach ein bisschen schicker aus. Ich habe natürlich auch super bequeme Slippers oder, ne, Ballerina-ähnliche Schuhe. Aber ich wollte mal ein bisschen was Schickeres haben. Warum eigentlich nicht? Auch die findet mein Freund nicht so wunderschön, weil sie ihn halt, ne, er sagte, das macht ein bisschen alt. Aber ich finde das nicht schlimm. Also ich mag das gerne leiden und ich wollte halt mal etwas Schickeres haben. So, auch die haben eine angenehme Federung, aber kein krasses Fußbett. Das fehlt hier ein bisschen, um ehrlich zu sein. Aber ich kann hier sicherlich noch eine Einlage mit reinlegen, damit das Ganze etwas bequemer für die Füße wird. Jo, ihr Lieben, das war es hier von mir und meinem, ja, klein aber feinen Fashion Haul, den ich einfach mal euch zwischendurch zeigen wollte. Es ist ja gerade noch Spätsommer. Also so gerade bei uns sind es wie viel Grad? 26 Grad draußen. Also von daher, da kann ich die Sachen definitiv noch tragen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Fashion Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Das war's für heute.